Ich werde die Harpien erledigen. Versuch's doch. Ja, keine Chance. Die Puppen erledigen. So, geschafft. Und jetzt nix hier runter. Ich beachte euch gar nicht. Ihr seid alle Luft für mich. Du auch. Und tschüss. Ich will hier nur runter. Aua. Danke. Ach, Mann, nur wie weit geht das denn noch? Ich gehe nur runter. Danke. Und losst uns. Ich werde es platt. Yeah, Level up. Und Stahlhahn ist voll schlecht. Ich kann es nicht haben. Ich kann es nicht sein. Ich kann es nicht mehr. Störb, 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 störb. Störb doch. So, jetzt können wir hier lang. Ich war gut. Wow, wow, wow. Aufpassen. Oh, ne, nicht doch mehr Hohentürme. Ich will nicht. Ich streike. Ich bin dagegen. Ich weiß, dass Kollege. Hehe. So, wo ist hier nochmal lang? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Hopp, hopp, hopp. Ich glaube, hier gab es irgendwas. Das ist aber nicht mehr was. Aber nach dem zu urteilen, wie schwer es ist hier durchzukommen, muss es irgendwas cooles gewesen sein. Oh, scheiß mal, du, Sarköpfe. Geht weg, geht weg, geht weg. Yeah, ein Anzug. Komm, stehe mir unter. Ach, da. Schwarzer Anzug. Den können wir gleich mal gucken. Oh, der hält unsere Verteidigung, aber mächtig. Den zieh ich mal. Den schwarzen Anzug. Oh, weg hier. Weg hier. Weg hier. Nichts wie weg hier. What the fuck. What the fuck. Ach, nein. Ach, Mann, das ist nicht gut. Nein, 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 nein. Ich schiebe nicht nachfüllen. Blöder. Weiküre. Arschloch. Ja, sehr schön. Machst du gemütlich. Meine Blitzkruppe. Ey. Das ist ein Traffekt von nicht. Das habe ich hier bekommen. Ja, tschau. Ich hab die Fräsi. Ich geb doch mein Bessies. Scheiß mit Dusen. So, jetzt musste ich in die Stacheln gehen. Danke. Aber das habe ich nicht gewollt. Ähm, hier hoch bitte. Danke. Und da hoch. Danke. Wupp. Ich weiß wieder Platz. Einfach, weil ich kann. Juhu. What the fucking hell. Okay, Moment. Da muss ich erstmal speichern. Na, dann mal schauen. Das was will. Nein, natürlich nicht. Wow, what the fuck, ey. Yeah, schwer. Der Boatang. Oder das Boatang. Boatang. Mystisch ist Schüttchwert. Mit Vollklasse. Power. Stopp. Nein, nein. Ich will hier nicht. Ach, nein. Na, scheiß doch. Auf. Mann, fresse ey. So, ich hab's halbwegs geschafft zu überleben. Und mir das schwer zu holen. So, ich muss hier nur irgendwie halbwegs heil wieder rauskommen. Oder gibt's hier irgendwo einen Heilungspunkt? Scher da oben. Schön! Schön, dass es da oben einen Heilungspunkt gibt. Bringt mir jetzt aber auch nicht viel. Aua. Ich muss trotzdem da oben hin. Sonst, äh, sterbe ich. Nein, nein, nein. Ah, Gott. Ist auch noch so. So, jetzt aber. Jetzt habe ich das Hunting-Schwert. Beziehungsweise einfach das neue Schwert. Und jetzt will ich aber. Richtig Gas geben. Also legen wir los. Äh, what the fuck. Aua. Scheiß mit dir. Mann, du Scheiß. Hab ja verpiss dich. Alex, mir doch mal Shane. Ja, ich muss da lang halten. Nein, ich will dich nicht, äh, einfach so. Weg, Scheife. Muss zum Speicherort gelangen. Darf nicht sterben. Muss mich beeilen. Da ist er schon. Und ich schaffe es. Ja. Geschafft. Okay. Puh. War ja eine schwere Geburt hier mit dem Schwert. Das zu holen. Aber jetzt haben wir wenigstens eine mächtigere Waffe. Und das ist auch schon mal schön. Und jetzt können wir endlich richtig weitermachen. Lassen. Leiden Lorne. Noch mehr Uhrentürme. Hartgen. Medusenköpfe. Ah. Und mehr, noch mehr Kellerpuppen. Ich bin weg. Ich weiß nicht, was du machst, aber ich bin weg. Nein, warte. Ich bin Stein. ich will hier nur schnell durch dankeschön durch gar nichts ach komm wie viele uhrenkirche kommen denn noch ich will doch nur hier weg stein sterben weiter geht's obwohl wartet die luft den besten abständen ich gehe mal schnell zurück zu haben da kann ich eigentlich die aufnahme laufen lassen und wollte mal gucken ob er irgendwas neues hat für mich wäre ja angenehm schauen wir mal ja ich bin wieder da weg weg stoppen das was neu ist hier wieder da übrigens kennst du Arakido schon irgendwie komische Krauts auch ein freund von mir heißt ja scheinbar nur freunde ist mir nicht sonderlich sympathisch sowas also was darf sein das war es verkaufen und zwar das kampf besser verkaufen das Kronting kann ich verkaufen das Katana verkaufen den Alesschneider die Lanze erst abgewandt die Sportkleidung der schwarze Anzug überhalte ich den Stadern nicht Moralanzug Seidenrobe brauche ich noch ok und jetzt kann ich etwas kaufen und zwar und zwar ich weiß nicht ob ich es jetzt schon hat ich müsste aber eigentlich ja Ascalon berühmtes Schwert der Drachentöter er ist meine mein Angriff um einiges deswegen kaufe ich es mir sofort was hat er noch auf Eisenharnig am Meer Wasserrüstung Silberharnig Goldharnig Brustharnig aus reinem Gold und ein Seelenring ähm ja ich war jetzt für den Seelenring aber Tränke muss ich mir natürlich kaufen Tränke brauch ich auf jeden Fall noch ok und Nervennahrung auch sooo und das war's eigentlich kann ich wieder was verkaufen und zwar das Wotan ok gut das war's da wollte ich gar nicht kann ich umrüsten aufs Ascalon ein mächtiges Schwert nein ich bin nicht wieder da ich will hier eigentlich nichts machen ok da bist du ja wieder hey Mina was ist los sag mal worum geht es dem Hakuba geht es bei dem Hakuba schreien eigentlich naja kennst du die Geschichte des am amanao 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 schreins davon habe ich schon gehört glaube ich es heißt darin verbarg sich Tencho Daijin um Susano zu berügen ach ja ich weiß es wieder Tencho Daijin ist die Sonne das Verstecken ist die Sonnenfünsternis in dem sie sich verbarg konnte sie Susannos Zorn beschwichtigen darum vermutet man im Sonnenfünsternis Zorn und böse Absichten ja die Menschen beten seit Jahrhunderten zu eklipsen und genau dazu dient auch der Hakuba schreien jetzt verstehe ich und normalerweise gibt es nur Feiern in Japan Sonnenfünsternis aber 1999 fand auch in Europa eine Feier statt ja davon glaube ich gehört davon habe ich glaube ich gehört und dabei wurde da auch Draculas Schloss dann daran versiegelt darum wusste ich das was Arakidu gesagt hatte ja ich weiß jetzt dass die war dass er die Wahrheit sagte tut mir leid ich war keine große Hilfe doch mir ist jetzt etwas leichter danke Mina so ein Jahr und und weiter geht's ja jetzt seid scheiß Zombies wie lange wollte ich das eigentlich noch probieren es ist so als ob ihr eine Chance hättet gegen mich und zurück 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 da hin ich würde jetzt einfach mal spontan behaupten du 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 hallo geh weg geh weg weg scheiß Medusa Kopf weg 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 so ab ins neue Gebiet jetzt aber endgültig äh Moment neues Gebiet ähm sieht mir aber nicht da andere Gebiet aus ah ne richtig 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 ich erinnere mich muss erst woanders hin um ins neue Gebiet zu kommen und ihr könnt euch vielleicht auch denken wie ich jetzt hin muss wuppi 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 aber dieser Weg wird kein leichter sein doch eigentlich schon eigentlich ist es jetzt nach dem Tod statt steht es schon vorbei die nächste Gegner sind die die nächsten Gegner sind Kanonen sogar für mich die könnte ich auch blind besiegen ja ich heiße Zombiesoldaten und hab keine Chance mehr und das Fenster öffnet sich immer noch in und ich weiß immer noch nicht wieso ich weiß immer noch nicht wieso zack Zombiesoldat hier war ich äh ich hätte schon nicht alles erkundet ich führe stehe ich fast ja da oben konnte ich schon noch nicht lang aber von oben nach unten ging es machen wir später das holen wir noch nach weißen Dachen erledige ich jetzt problemlos mit einem Schlag und runterfallen geht auch den hab ich doch weg den hab ich doch weg Krähen sind wir gar kein Problem Robin Hood Aua ich koch ne Arsch du was schluch kannst du nicht machen ey na gucke mal wer da ist ich fiege ins Auge so jetzt kann ich hier schön unter Wasser holten Killerfish greift unter Wasser an außerhalb des Wassers geht er zugrunde und zack und zack zack ja jetzt kommen wir endlich in den neuen Bereich und zwar mit viel Wasser ich glaube das kann ich schon vorweg nehmen oh yeah Boot fahren atmosphärisches Boot fahren lag in den Luft er wusste dass er es wollte ich will da hoch aber es führte keinen Weg nach oben juhu da lang wow 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 aufpassen 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 da ist da ist da ist